Was geht ab, ihr Gernstädtchen? Willkommen zurück zu der neuen Folge Trouble in Terroristown. Erstmal den hier jetzt legen. Ist Peter von der A? Ja, der ist schon weg. Bram ist tot. Ja, bin tot, bin Traitor. Bin Betrüger. Echt jetzt? Ja, ich bin tot. Bin Betrüger. Achso. Der Bram ist tot, holy shit. Mord. Schenke! Bei FD1. Wo ist die Fake-Leiche? Unten. Dalu glaubt dem glaube ich nicht. Nee, ich kann die essen. Da unten. Und dem Gang einfach folgen. Ich will nicht, dass er plötzlich 130 Leben hat. Wenn er Trader ist, haben wir große Probleme. Nee, die Leiche war ja Trader. Ja, aber wenn Dalu Trader ist und die isst dann 130 Leben. Oh, hier ist ein PC. Warte, für den Betriebssystem ist er drauf. Ja. Dalu? Ja, Peter? Pass auf, ich tausche meine Diegel gegen deine Schrotze. Ich hab ne Diegel. Achso, du hast ne goldene Diegel. Aber, Peter, hier liegen noch mehr Schrotzen. Wirklich? Ja, aus dem Phasen. Ich trau mich nicht auf die Reling zu gehen. Der hat Brams Leiche versteckt. Der hat Brams Leiche versteckt. Ja, scheiße. Falsche Seite von der Map. Hab ich nicht. Hier. Der Dalu Shot hat gemacht. Ich hab's versucht. Ich hab's versucht. Copy, dammit. Ja, ich versuch das auch immer noch. Irgendeiner wurde gerade, glaube ich, zum Sidekick geschossen. Es gab einen Diegelschuss. Und keiner hat was gesagt. Also, sind's da an Jay und Pete? Nein. Weil die waren nicht da. Wo sind denn, Bram, wo sind denn die Shotguns? Ja, ne. Dir nutzt ich jetzt gar nichts mehr. Dir trust ich nicht mehr. Wahrscheinlich hast du die geschwitzt gekriegt. Alter, der ist Traitor. Ja, aber wo hast du das Bloody Knife? Das ist ja egal. Du bist ja Karl. Das hab ich gefunden. Das lag da. Alter, wirklich. Was lag da? Wieso soll der denn einfach da liegen? Boah, ich glaub wirklich. Ja, er war Sidekick. Genau. Peter hat den zum Sidekick gemacht. Okay. Wait. Wieso lebt Bram denn jetzt wieder? Ich leb doch die ganze Zeit. Du bist... Ja, Moment. Dann sind Christian und Peter. Du hast ja noch Traitor. Stimmt. Warum lass das? Nee, nee, du musst ja da. Es gibt eine... Es gibt eine... Es gibt eine Möglichkeit, die das nicht ist. Das war... Wenn du... Nein. Wenn du Traitor bist. Jetzt fahr doch mal auf, Alter. Der Jackal kann auch einen Traitor zum Sidekick schießen. Es kann sein, dass Jay vorher Traitor war. Deswegen hat er gezielt dadurch abgestochen, weil er wusste, dass er Traitor ist. Okay. Ich geh mich ja hängen. Scheiße. Du hast es mir nie ausreden lassen. Ich will jetzt Wasser springen, mich selber töten. Tschüss mal, Christian. Ich muss boosten tun. Vielleicht kann ich ja... Vielleicht geht das ja... Ah... What? Dann nicht. Wenn ich einfach durch die Tiki teleportiert. Wo ist denn... Peter, wo bist du? Ja, ich such euch die ganze Zeit. Wo seid ihr denn? Ah, da. Feuer nach unten. Aber da... Du hast echt... Du hast Dardo besiegt? Ich bin auch gerade ein bisschen verwirrt. Ich dachte, das Spiel wäre jetzt schon vorbei. Ja, der hat aber... Das Problem war, der hat... Äh... Moment. Ah, schade. Moment mal. Alter, ich sehe gar nichts mehr. Nein, nicht schade. Dardo, du hast doch gerade selber vorher noch gesagt, ey, Peter hat gerade bestimmt Jay zum Sidekick geschossen, weißt du? Moment mal. Plötzlich ist Peter völlig außen vor. Nein. Das Peter... Das Peter Jakaris war klar, aber es könnte doch einen zweiten Traitor gegeben haben. Ja, ich war Traitor. Du warst deswegen ja nicht raus. Das ist alles nicht mehr aufgelöst worden. So dreist, ey. Direkt auf mich gegangen, die Frau, ey. Ja, natürlich war. Du bist ja auch mein Feind gewesen. Jay hat den so selbst nicht in der Gruppe abgestochen. Da war irgendwas faul, ey. Das musste ich mir auch machen. Das musste ich mir gönnen. Das war einfach so gut. Der war Traitor, der war Traitor, ey. Ich hab das besser gefunden, weil... auf die Dunste ausgedreht, den ich hier rein hatte. Das lag da. Das lag da einfach. Aber Jay, du hast am Anfang kurz geschrien, als ich dich angeschossen habe. Ja, natürlich, Alter. Weil ich halt immer einen Digalshot abbekomme. Das ist so typisch. Das machst du ja immer irgendwie. Das ist halt echt scheiße. Ja, ich schieße da unten in der Igel. Ja, okay. Aber du kriegst ja einen Hit. Du kannst ja von wem auch immer das kriegen. Ja, richtig. Da bist du halt einfach erstmal erschrocken. Und Christian, ich wollte dir helfen. Ich hab auf Bram eingeredet. Ja, super. Aber er wollte die Geschichte nicht hören. Ich wollte... Ich wollte Blut haben. Warte mal. Waren's Disguiser? Was denn da? Alles gut. Bist du jetzt... Au! Du bist jetzt wieder Peter. Eben grad machst du Jay. Was ist denn au, Peter? Wie kann man denn hier au machen? Peter messert hier alle und... Nee, nee. Er hat ne zweite Identität und zwar die von Jay. Ah! Ah! Jetzt hat er meine. Jetzt hat er meine. Er hat meine. Ja, ja. Er hat meine. Wait. Ich weiß aber nicht. Wo war das? Das war hier. Hallo Peter! War das die Tür? Hinter dir auch nicht. Hier ist noch ne Tür. Ja, so ein Klingengeräusch. Ja, die Wurfsterne glaub ich waren das. Kann das sein? Aber Christian hatte ne Schrotflinte in der Hand. Ja, Jay hat Wurfsterne und der hat ein Messer. Moment. Ich bin Jay? Ja, Peter. Wie verwirrt bist du eigentlich? Ich will nicht Jay sein. Will ich Chris sein? Adosch. Lass das. Oder will ich Bram sein? Hau ab. Ihr seid hier ganz schön viele. Okay. Wir sind auch mittlerweile ein Dreier-Team. Das ist ja okay. Ja, geht er erst mal wieder. Lass mir den Deal den Klick geben. Wieso bist du so hochgesprungen? Weil ich das halt kann. Aber ich bin Freerunner. Bist du überhaupt nicht. Ja, ist recht. Ne, ne. Da das. Fuck you, Alter. Ich bin Freerunner! Wie sagt der Junge eigentlich nichts drin? Was denn? Was soll ich denn sagen? Hallo. Kannst du nicht einfach auf Leute zurennen und dann... Ohne was zu sagen. Dann habt ihr Jay abgestochen. Haben wir übrigens eingekauft. Leute. Wie geil ist das jetzt? Jay lebt doch. Sogar doppelt. Pass auf, da hinten brennt was. Das hab ich auch gesehen, Jay. Cool sind die. Nehmen wir da durch. Was ist das denn? Das ist Jay. Das ist Peter, der dir folgt. Das ist Peter, der mir folgt. Was geht ab? Ne, lass mal was. Ich hab dir jetzt den Weg versperrt. Nur für dich zur Info, ja? Das ist es. Das ist es. Dados ist es. Dados ist es. Dados hat mich gekillt. Dados hat mich gekeillt. Dados hat mich gefreezt. Dados hat mich gefreezt. Du hast dich gefreezt, du Acker. Mit was denn? Mit dem Freeze-Knife, du Acker. Das war Peter. Dann war das Peter. Der hat ja meine Identität. Dados ist nicht so wie so ein Mädchen. Wo bist du? What the heck? Echt? Nein, Peter hatte Jay. Peter hatte Sexy Jays Identität. Das ist korrekt. Ja, aber Dados hat mich gefreezt. So, hier. Hat er echt? Er hat es gedroppt. Das Freeze-Knife. Da ist es auch noch. Das Ding ist. Ja, er hat es. Okay, ich geh wieder runter. Aber er war Jackal. Das ist schon wieder frech. Das ist jetzt doof. Ich bin Inno. Der kann alle machen. Christian. Ich esse den. Ich bin elf. Da vorne steht mein Geschenk. Ich dachte du das schon älter. Das steht hinten. Oh ja, wo ist das? Hinten am Heck. Hinten am Heck. Das klappt immer. Ich will immer noch Jay. Ich will nicht mehr Jay sein. Ach du bist auch echt. So jetzt pass auf. Und ich bin. Jawoll. Hahaha. Schon gut. Voll live. Alles auch. Oh Gott. Bist du braun? Hey. Nein, nein. Hast du ein Stück Dähne abgezogen? Ciao. Er hat doch bestimmt wen zum Sidekick geschossen. Nein. Nein. Jay wurde glaub ich. Ähm. Warum hast du den? Weil der. Moment. Moment. Lass ja. Das sind die Brams. Ach guck. Jawoll. Das kann nicht wahr sein. Obwohl Christian Traitor diese Runde war. Hat er da. Du standst da auf der Rehlinge. Hast irgendwas geschossen. Hast du die Waffe gewetzt? Ich hatte Poltergeist halt in der Hand. Wie immer. Ah. Oh. Jawoll. Bramens greifen. Ja. Die Bramens-Karma. Ja. Das ist doch nicht mein Problem. Minus 7, ne? Oh. Minus 7. Aber das Salz hört man trotzdem. Aber Christian wird ja nicht mit Minuspumpen beenden. Das schafft kaum wer. Peter was warst du? Nee aber Jay. Ich war Trailer. Ja. Ah. Christian ich bin Medium. Ich habe jetzt ein Poltergeist und ein Ghostknife. Das stimmt gar nicht. Ich bin Medium. Lass sie töten gehen einfach. Alles klar. Natürlich. Guck mal. Ist das okay? Oh. Sollte das okay sein? Wenn du kein Medium bist dann äh. Dann äh. Dann äh. Dann hab ich recht. Äh. Äh. Huh. Da. Da gibt's hier unsichtbare Wände. Au. Wer hat mich jetzt gerade angeschossen. Oh. Bist du Sidekick geworden? Da war doch wieder so ein Einzelschuss oder? Nein. Ich hab Schaden bekommen. Wolfram. Ja. Genau. Weißt du. Ich hab mich gerade. Ich hab mich gerade aus dem Schiff nach oben teleportiert. Und hab dich dann angeschossen oder was? Während du mit mir im Raum standest. Warum hast du dich denn dann so gefreut? Weil ich ja Spaß an was anderem hatte. Und das war ein. Das war ein Snipershot. Alter. Schon wieder bin ich hier angeschossen. Alter. Wollt ihr mich verarschen. Wer ist das denn diesmal? Bist du aber Sidekick geworden oder? Nein. Bin ich nicht. Ich hab wieder Schaden bekommen. Er ist Sidekick. Wir haben noch 72 Mann. Zwei Diegelschüsse machen nur 28 damage. Keine Ahnung. Was weiß ich was der erste Schuss war. Da hatte ich noch irgendwas mit 89 Prozent. Ja dann töte mich halt. Hier hat wer geshoppt. Ich hab einen gefunden. Der stand in der Ecke und hat was vorbereitet. Ich glaub ne Bärenfalle war das. Könnte Jäger gewesen sein. Okay. Ich versteh nicht warum Jäser aggressiv ist. Ja weil ich die ganze Zeit angeschossen werd für Nappes. Ich glaub. Ja. Aber weißt du. Der blame auch Leute. Da liegen die Leiche. Ihr seid da genau. Wie ich blame Leute. Also ich schieß mich selber an oder was. Ne aber du hast so spezifisch weißt du. Der erste Schuss soll ich angeblich gewesen sein. Dann hab ich den Bram noch nicht gefunden den Ficker. Den will ich die ganze Zeit abschießen. Ja. Ja. Warum? Weil ich dich nicht angeschossen hab. Hä ich save die Leiche von Christian eigentlich nicht. Hä ich save die Leiche. Ich stehe doch daneben. Wie soll ich das denn zweimal gemacht haben. Du bist doch bei mir vorbeigelaufen. So Quatsch. Aber dadurch stand ja auch gerade noch oder? Ja und ich muss ihn ja nicht abschießen solange er sie nicht weg trägt. Nee aber dann hab ich dich. Ich hab dich nur nicht gesehen dann. Alles klar wir sind alle hier oben. Mega nice gleich wird's explodieren. Außer Bram. Bram ist es nicht. Also ist Bram Trailer. Ja. Bram schießt auf mich. Ja aber nur Jä. Bram schießt auf mich. Ja logischerweise. Ja logischerweise. Weil du mich ja abschießen willst. Du hast gesagt du willst mich abschießen wenn du was siehst. Das war nicht mehr da. Ich hab nicht ab. Da haste. Hab ich nicht. Das waren deine exakten Worte waren ich schieß dich ab wenn ich dich sehe. Ach deine Mutter alter. Das waren deine Worte. Du bist so ein Knecht. Ja. Ja du das ist wrong. Außer du bist Trailer. Ich bin's. Du bist so geil. Ich wollte tatsächlich was ergriffen. Ich wollte nicht schießen. Ich wollte nicht schießen. Der Starter Schuss haben wir ja natürlich ausgenutzt. Waren ja beide böse. Naja. Also der zweite Schuss war halt ein Sidekick Schuss. Hab das schon richtig erkannt. Scheiße. Was war denn der erste Schuss? Weiß ich auch nicht. Daneben. Ich hab auf jeden Fall was abgekommen. Durch zwei Etagen durch. Easy. Okay. Da hat mich wer anders einfach angeschossen. Okay. Kann ja auch sein. Komm. Gibt's. Will sich keiner äußern. Okay. Gehört zum Mind Game wie es wohl aussieht. Ja offensichtlich. Random Damage machen. Ja. Also ich war es nicht gewesen. Ich hab dich nur mit der Sidekick gemacht. Ich hab dich erst mal wieder Present of Fate wieder hinsetzen. Dann wird euch Potenzial hier. Wer hat's denn gekriegt? Dann mach mal auf hier. Wartest du euch aufmachen? Wartest du euch aufmachen? Wartest du euch aufmachen? Damit kannst du deine Position weg. Damit kannst du die Position tauschen mit jemandem. Wartest du euch aufmachen? Macht aber Schade. Die Tür da. Ih. Macht aber Schade. Nein. Ich schieß da jetzt gegen. Nicht auf mich schießen. Da. Da? Ja. Wie da ist ne Tür. Da ist keine Tür. Doch da ist ne Tür. Die kann man nur aufmachen. Laura's toll. Jay kann die aufmachen. Was sagst du? Jay kann die aufmachen? Ja ja ja. Jay kann sie aufmachen? Als ob ihr alle die Trader Tür nicht seht ey. Ich hab die Trader Tür. Wo ist denn deine Tür? Achso Leute. Dieser Ra... Okay. Jay oder... Wie Jay? Ich bin bei Dados draus. Nein. Das ist gelogen. Ich bin bei Jay. Combustible Lemon. Ich hab nix getan. Ne das stimmt. Er ist hier. Er zieht doch. Der ist Jakal. Der ist Jakal. Alles gut. Wer ist Jakal? Ich. Sorry. Ich hab nicht gesehen, dass du mich zum Sidekick gemacht hast. Sorry. Was ein Mongo ey. Ihr Schweine. Ich hab kein Feedback gekriegt. Ich hab kein Feedback gekriegt. Ich dachte du hast daneben geschossen. Keine Mutter kriegt kein Feedback. Da musst du mal ein bisschen drauf achten du Affe. Ich hab doch jetzt jemanden getötet. Sei mal nicht so böse zu mir. Ich bin Praktikant. Das ist ein scheiß Sidekick. Immer alle Leute die sich zum Sidekick machen sind gegen mich. Ja. Das ist eigentlich auch scheiße von dir. Weißt du. Ich bin eigentlich ganz brav und so. Ich mach hier nichts. Ich kann jetzt gar nicht einkaufen. Das ist ja fies. Wo ist der denn? Von tausend. Ist das nur noch der Pedder? Ja. Ist das gelogen? Der lebt gerade wieder. Der lebt gerade wieder. Oh. Oh nein. Leck mich doch am Arsch. Oh. Wieso leckt das so? Okay. Ne explodiert bestimmt. Der lebt wieder noch. Ja. Kommt vielleicht wieder. Wo ist der? Geh mal an die andere Seite des Schiffes. Er ist bei mir. Ja. Ab ihn. Ach. Fies Chakai. Ey komm Alter. Wo soll ich das denn liegen? Das ist okay. Wenn wir so cocky spielen wollen. Leute schon vorher die Rollen benennen. Ist das auch okay. Zu dem Zeitpunkt war der glaube ich wirklich nur noch zu zweit. Na tut mir leid Peter. Dadurch war schneller als ich. Ich wollte gar nicht so schießen. Bei mir waren noch fünf Leute am Leben einfach. Da unten sind sehr viele Leute gestorben. Sehr langweilig Peter. Sehr langweilig. Ja komm. Jetzt mal den Raum aufgemacht. Compustible Lemon. Compustible Lemon. Ich hab da mittlerweile eingesehen, dass wenn ich gegen dich normal schieße ich nicht gewinnen werde. Eine Chance. Die Leute haben halt Minuspunkte. Das finde ich schon ein bisschen sexy. Dafür den Zauber weggeworfen. Dafür den Zauberer habe ich weggeworfen. Nee ich bin Sportler. Dafür den Sidekick mir machen kann. Und dann werde ich wieder verraten von meinem Sidekick Freund. Hey komm. Ich habe dafür aber hier ordentlich was geleistet. Christian ist Sidekick geworden. Von einem Jackal. Achso okay. Von wem sonst? Von dir? Nein. Hast du dich selbst verraten damit kein anderer macht? Nein der hat einen Deaglshot abbekommen. Okay. Ich habe keinen Deaglshot abgekriegt. Was können die denn alle? Peter! 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 Oh der ist doch! Peter! Peter! Was ist los? Jay hat Peter gekillt. Den hat Jay gekillt. Und den habe ich gekillt. Also alles gut. Wir haben alles richtig gemacht. Hast du Traitor? Nein! Okay. Christian war Traitor. Und Jay hat Christian als Jackal geblamed. Okay. Dann ist Bram noch der andere. Aber warum hat Jay Christian als Sidekick geblamed? Weil er sich selbst verraten wollte. Anscheinend diesmal. Loll! Was ist passiert? Ich glaube Bram hat sich selbst gekillt. Wird aber wiederbelebt. Okay. Usaja. Was ist das blöd? Oh man. Wo ist er denn gestorben? I don't know. Ich war hier. Oh. What the fuck war das? Da explodiert es. Hier drin. Ja ja. Hier drin ist er. Ja ja. Da rechts ist der Traitorraum. Die rechte Tür. Er ist auch rechts drin dann. Hier ist ordentlich was durch ihn. Sollen wir stürmen? Können wir da rein? Ja klar. Ich hab immer noch Angst vor dir. Ne lass. Einer links, einer rechts. Ich mal links. Wir können wir nicht. Doch er ist hier in dem Raum. Er steht doch da. Ich vertrau dir kein Ding. Alter. Du siehst ihn. Du lügst mich an. Du kannst ihn von hier sehen. Das ist doch gelogen. Spring einfach rein. Du spielst Spiele mit mir. Spring doch einfach. Ich geh doch nicht rein. Ich heb dir Backup von der Seite. Ab Arsch. Jetzt geh doch einfach in den Raum rein. Nein. Falte mich hier draußen. One to one you bitch. Jetzt komm hier rein. Nein. Du lügst mich an. Ich kenn dich. Okay ich geh zuerst rein. Und weh du kommst jetzt nicht mit. So. Ich bin drin. Ja. Ja. Viel Spaß. Jetzt komm. Niemals. Da liegt irgendwas. Ich vertraue dir kein Stück. Langenweiler. Sei doch ey. Hab ich doch gesagt ey. Ich wollte dass du in die Bärenfalle läufst. Ich hab das die ganze Zeit schon vermutet. Du Sack ey. Wer hat mich eigentlich aus dem Traitor-Raum raus teleportiert? Das ist ja alles zu Sidekick geschossen. Da kam einer hoch und hat einen Diegel-Shot. Ja man. Hab ich auch. Ich hab auch mit der Diegel geschossen. Oh wow. Okay. Ja gut. Okay. Das kann ich ja nicht riechen. Weil das halt hinter Christian war direkt. Und dann kam halt nix. Christian ist dann fort zurück auch noch gelaufen. Einfach. Weil er im Shop war halt einfach. Weil ich die Bärenfalle gelegt habe. Alter ey. Du kannst nicht shoppen als Sidekick. Das geht nicht. Genau. Der Sidekick hat noch nichts. Erst wenn der Jackal stirbt. Ja. Aber trotzdem wurde er mit der Diegel geschossen. Ein Shot ja. Ja schon wieder. Jay Sidekick glaube ich. Deine Mutter. Au ich habe einen Diegel-Schuss gehört. Das muss doch dann jetzt eigentlich so sein oder? Aua. Ah Jay. Nein. Aber um fairerweise zu sagen. Ich habe mit der Sidekick Diegel geschossen. Daneben auch noch. Nein. Ich habe ihn getroffen. Peter warum bist du hurt? Aber es hat nicht ge- Also der Server hat es nicht anerkannt. Warum? Warum war das gut für dich? Das ist überhaupt nicht gut für mich. Das ist überhaupt nicht gut für mich. Aber er war keine Zeit. Das kann ja auch nicht tun. Das ist der Server das verkackt. Aber schon. Ja ja. Aber es war trotzdem lustig. Dass er danach nicht gehen wurde. Niemand war Sidekick. Natürlich ist das lustig. Da kann alles so eskalieren. Da kann ja keiner riechen. Dass du mit mir dieses Fliechen machen wolltest. Ich wollte einfach, dass du in diese blöde Bärenfalle läufst. Was ist da so lustig? Was ist da so lustig? Wollte nur gucken, was du? Jay ist Sidekick knackt. Christian hat daneben geschossen auf Dado mit einer Diegel. Ich habe auf Jay geschossen leider daneben. Nein du hast auf Dadoche geschossen. Random Damage. Ich habe auf dich geschossen. Ich habe auf dich geschossen. Ich ging auf mich selbst. Nice. Und ich habe getroffen. Jetzt mach doch mal einen weg Jay. Okay ich mach dich weg. Ich habe Random Damage von mir selbst kassiert. Der macht richtig gut. Na smarter move auch. Ja kann man mal machen oder? Ja. Woher kommst du denn jetzt halt? Von unten. Ja du stirbst. Hier ist ein Diegel Schuss gewesen. Ich glaube Jay ist Sidekick. Ich habe das gesehen. Wer hat Sparta? Bist du das? Ich habe Sparta. Oh alte Schwede. Sparta Kuss. Chris ist gerade mit einem ausgestreckten Bein auf dich zugelaufen. Ja. Hier nehm die Sidekick Waffe. Oh Turtles. Oben im oberen Deck sind Schildkröten aggressiv. Da wo Jay herkam übrigens. Ah. Das ist nicht wahr. Doch da kamst du wirklich her. Jonathan Appelt ist am Stissel. Ich habe Bram schon gemacht. Na das hätte es eigentlich geschafft. Zumindest hätte ich es versucht. Zumindest hätte ich es versucht. Ich weiß nicht mal wo die Turtles sind. Jetzt kommt der nächste an. Oh shit. Hallo Turtles. Aua. Von hinten kriege ich Schüsse ab. Keine Ahnung wer. Peter ist gerade reingelaufen. Weiß nicht wer das ist. Der muss Peter sein. Alle anderen habe ich gesehen. Bram dead dead. Peter ist gerade mit Jay getauscht. Hä? Oh Gott. Da du ist es. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Was auch immer. Wie viel. Ich habe nur Innos getötet. Ah ne. Jetzt habe ich glaube ich noch einen Inno getötet. Ne. Warte. Ist noch heiß. Ist noch. Warte. Da. Hör mal. 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 Ich habe keine Waffe. Woh- Wo bist du hinten? Ich bin ganz oben. Glaube ich nicht. Du bist ganz unten. Ne. Ich bin oben. Ich bin bei den ganzen Leichen. Den habe ich... Oh. Habe ich dich gehört? Komm jetzt mit dem Lift hoch. Dann knall ich dich ab. Okay. Ich glaube das sogar auch. Ich glaub ich hab Christian getötet, kann ich sagen. Ich glaub ich hab Christian getötet. Ich hab Christian den Rücken aus Versehen geschossen. Ich hab Christian aus Versehen in den Kopf geschossen. Das war komplizierte Sache gerade. Dalu hat aber mal wieder richtig rasiert. Du hast mich zweimal gekillt und dadurch glaub ich einmal, oder? Dadurch zweimal gekillt und mich dadurch auch gekillt. Gab's denn einen Jackal diesmal? Ich glaub nicht. Ziemlich jede Runde, oder? Nee, 50-50. Ich bin ein Priester. Ich sehe das, wer ist denn hier bei mir gewesen? Peter ist Vader. Wenn er das sieht... Ja, ich seh das. Ja, siehste, ich hab noch 97 AP. Er wollte mich grad umbringen. Ich muss kurz Force aufladen. Nein! Oh, ich im Recht! Das Dalu, Dalu! Dalu, Dalu, Dalu! Dalu, Dalu, Dalu! Alter, warum? Also ja, von mir aus Dalu, aber... Dalu, ich weiß, der springt um ne Ecke, schießt auf mich und dann wartet. Willst du mehr Schuss in der Golden Deal haben, damit's fair ist? Ja, will ich! Scheiße! Eine AP und ich hab sogar Brandloch hinter dir erwischt. Oh Mann! War grad schon ne geile Runde von mir, Alter, ich hab keinen gesehen. Doch, du hast aber irgendwas benutzt, den Priester hat irgendwas benutzt. Ja, weil Dalu mich irgendwie angeschossen hat. Ja, ja, ich hab das nicht. Wow! Aber mit so einem Streifschuss einfach... Weißt du, dann guck ich nochmal, als Dalu ist tot. Ja, aber Dalu hatte nichts mehr, Alter. Nee. Nee, Dalu, der war quasi tot, das stimmt. Du bist so ein Wichser. Was ist denn los, Peter? Oh, ich bin ganz schnell. Ich bin der Junkie. Was war das denn jetzt? Aua! Das war mega schmerzhaft. Bin ich eigentlich Mini? Nee. Nee. Du musst das auswählen, dann halt. Was hat das Ding ausgewählt? Und dann? Dann musst du das anlassen, dann bist du Mini. Ja, jetzt bist du Mini und... Was? Ja. Jetzt geht's ab. Jetzt bist du Mini. Irgendjemand hat mir schon voll viel Damage gemacht. Ich hab nur 76. What? Nee, Moment. Irgendwer hat wieder Wissenschaftler. Wer ist denn Wissenschaftler? Ich bin Gambler. Irgendwer freut sich da. Warte mal, Jay... Der läuft die ganze Zeit komisch rum, muss ich sagen. Psst. Du hast ja einen Random Damage abbekommen. Hinter dir. Bananenbombe. Hier oben ist die Bananenbombe. Hinter dir, Peter. Wer war nicht da? Wer war nicht da? Daru war nicht da oben. Ja, Bram. Bram steht doch doch vor dir. Ja, weil da die Bananenbombe explodiert. Kann auch... Bram müsste das sein. Läuft dann Bram vorbei. Ja, weil er hier oben war. Kann doch jemand sich direkt verpisst haben. Aber ganz ehrlich, Peter wundert dich, dass er Jonathan meinen Namen nennt. Ja, aber diesmal zurecht. Oh Gott. Oh, aua. Ach so, diesmal zurecht. Wieso läuft es dann irgendwie vorbei? Nein, Dadosh! Dadosh ist es! Ich bin hier am Home Run schlagen. Und das ist der Jay. Oh nein, Dadosh! Oh shit! Hau ab, Alter. Das war ganz schön knapp. Oh, hallo. Na komm! Oh ne! Komm, boffst du mit uns selbst davon. Mich geht doch nicht so weit, schade. Oh, ich hab mich alle weg gemöbelt. Ja doch, der hat mich auch da gekippt. Jay, da war wieder falsch. War wieder Eno. Ja, okay. Wie gesagt, du warst halt der Einzige, der zu dem Zeitpunkt oben war. War wieder falsch. Kann sein. Deswegen hab ich auch nicht auf dich geschossen, ja. Extra Minuspunkte für Jay. Und da hab ich noch nie auf dich geschossen. Du hast noch nie auf mich geschossen. Noch nie! Noch nie! Nein, weil... Jetzt gerade? Noch nie. Guck mal, warum ich dir jetzt sofort rausgehe. Diese blöde, unsichtbare Wand hat mich bei einer getötet da mit Jay, ja. Hallo, Bram. Ja, Josh. Ich glaube, Peter ist weder Schakal noch Traitor, sonst... Wir haben das Spiel geschossen. Okay, komm mal her, Moment. Peter ist übrigens getötet. Ich bin doch interessant. Ja, ich bin jetzt Sidekick von Bram. Ja. Okay. Oh, okay. Man kann sich die Sidekick-Pistole bei so einer zweimal kaufen. Der ist übrigens getötet. Keine Ahnung, was du bist, aber ich hab mit Peter das Spiel gespielt. Wir sind beide weggegangen, weil wir beide nicht trafen. Hab ich gerade gemacht. Okay. Und jetzt Peter, der nächste. Peter ist jetzt auch Sidekick. Ja, ist richtig. Genau, Kopfgeldjäger. Ja, aber damit würdest du mich direkt töten. Mach alle zum Sidekick, Bram. Nee, ich hab keine Credits mehr. Einer muss sterben. Als ob... Da hab ich Credits kriegt. Moment. Bram und da... Ich hab jetzt ein bisschen Angst. Dadosch und Peder. Komm, wir haben ein Möbelchen. Der Peder kann aber nicht. Der hätte mich weggemacht. Wir haben das Spiel gespielt und der hat sich die... Ja, nein. Jetzt gerade eben ja erst. Du kannst die Sidekick einfach nur nur zweimal kaufen. Wer hat gekauft. Okay, ja dann... Dalu, was bist du? Wer hat gekauft? Äh, Eno. Wer hat gekauft? Deine Mutter. Okay, Sidekicks. Alle auf... Weißt du nicht, auf wen? Peder und Dadosch Sidekicks sind laut Bram. Und Dalu ist innocent und kann ich ja auf Bram und Jay schießen. Nein! Das soll's tun. Aber die müssen ja dann Traitor sein. Du musst auf die Sidekicks ja auch schießen. Ey, du kannst doch auch einen Sidekicks zum Traitor machen. Andersrum. Traitor zum Sidekick. Ne, war keine Traitor. Wer wird denn anders angezeigt? Dalu eigentlich nicht noch. Willst du mich gleich zum Sidekick machen? Ich hab gehofft du machst das gerade, deswegen bin ich kurz stehen geblieben. Hahaha, so. Ne, ne. Ich bin kleiner. Doch, da ist grad was passiert hier. Hab ich genau gesehen. Dalu, Schlawiner. Ich bin jetzt böse. Achso, okay. Dann sind wir schon mal vier, glaub ich. Vier Jakkale. Oh, Amaterasu. Hat jemand gebrannt hier? Dalu, was du? Mach keinen Quatsch, Peter. Ich weiß, dass du mich töten willst. Ja, aber töte mich als letztens. Wer ist der Priester? Dalu waren auf der anderen Seite des Schiffes. Jay stand in der Nähe. Hallo Chef. Hi. Du bist aber Magier. Ich bin nicht Magier. Ich bin nicht Magier. Den hab ich schon weggeworfen. Was ist das? Das ist Christian. Weil ich auf den Sack geht. Und weil ich Jackal bin. Du bist kein Jackal, ich bin Jackal mit Peter und Dardosch. Ne, bist du nicht. Doch. Ich bin Jackal. Ja, das stimmt. Jay ist Jackal. Alle auf Jay. Alle auf Jay. Oder du machst ihn auch noch zum extra Sidekick. Ne, du musst erst an der Stelle, wenn ich noch Credit krieg. Christian, lebst du noch? Ja, der lebt noch. Das ist doch keiner gestoppt. Was ist das? Da ist gerade einer in den Traitorraum reingelaufen. Traitorraum? Dalu, wo ist der? Seht jemand Dalu? Das weiß ich nicht. Traitorraum geht nach unten aufs Schiff, in die unterste Etage. Ganz vorne aufs Schiff. Ne, hier auf dem Vordeck. Direkt unter dir Dardosch. Peter meine ich. Entschuldigung. Da wo Dardosch und Dalu ihre Action hatten. Unsere kleine Action. Moment, hat jemand meine Dinge? Ich stehe gerade bei Dalu. Ich glaube, aus dem kommt man auch nicht raus, oder Dalu? Dalu, gibt es bei dem nicht nur einen Ausgang? Ne, mehrere. Das ist aber schade. Ich dachte, es gibt nur unten mehrere. Das ist ja derselbe, ist ja verbunden. Bram, Bram, Bram. Ja? Bin ich das? Ja, bist du. Okay. Bin ich das? Oh, wie soll das sonst sein? Also, oben haben wir das. Da ist jetzt keiner mehr. Der wird oben angezeigt, ne? Hat einer Peter gesehen? Ich sehe nur noch einen Doppelgänger. Der steht immer noch hier drin. Wieso ist Bram einfach so am Doppelgänger? Können wir Jay erschießen? Der ist schon seit 2 Minuten. Also, da müsste echt Jonathan sein, der da drin ist. Hier ist nämlich immer noch einer. Ich bin Seher und in dem Raum ist immer noch einer drin. Warte mal. Dann geh mal bitte weg da, Bram. Geh mal weg da. Mehr ist das nicht, oder? Weg da, weg da, weg da, weg da. Okay, 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 okay. Ich wollte das nur... Lass mich anmessen. Mach doch kein Damage. Okay. Vielleicht wurde ein Importer geschubst. Heilige... Shit, ich weiß nicht wo. Boah, das war knapp. Die war da genau unter mir. Oh shit, das war echt knapp. Vielleicht ist die Importer geschubst worden. Müsste ja den Jonathan gewesen sein, weil alle anderen könnte man sehen. Ja. Also, Jonathan ist Karolis. Ich sehe aber nur noch 5 Punkte. Ne, ich sehe noch mehr. Einer. Einer. Einer bist ja auch du. Genau. Also, ich sehe alle. Alle leben auf jeden Fall noch. Einer ist noch ganz unten drin. Baby Launcher wurde hinter mir gezündet. Einer ist noch ganz unten drin. Das war aber der falsche Baby Launcher. Wer würde denn den schlechten kaufen? Einer von uns. Einer von uns. Wie soll der denn überall rauskommt? Paschencenceerg computation? Der wird halt ganz unten irgendwo. Wahrscheinlich ich habe hier mal einen... Oh, ja hier unten! Der hat er mir vorbeigeschmissen. Oh ne... Da du schießt auf mich, da du schießt auf mich Da du schießt auf mich Warum hast du nur auf mich geschossen Christian Oben rechts, ganz oben Ja hier links Ich glaube der hat diese One-Shot-Diegel Oh ok Yolo Gefährlich Nice Aber ganz schön gut Wir bedanken uns vielmals fürs Zuschauen Das war echt nicht so einfach Ne war das auch nicht War halt relativ verkackt die Runde Und haut rein Tschüss